Was ist bei Giuliano Fernandes und Sandra Janina, 22, los? Eigentlich waren die beiden Reality-TV-Star total happy. Die Beziehung der beiden hat die Feuerprobe bei Temptation Island v.i.p. überstanden. Das Paar ging sogar gestärkt aus der TV-Show hervor und war noch glücklicher als vorher. Doch jetzt gibt es erste Anzeichen, dass bei Giuliano und Sandra nicht mehr als so rosig läuft wie gedacht. Nachdem die Blondine alle Pärchenfotos mit ihrem vermeintlichen Liebsten gelöscht hat, schreibt sie in ihrer Instagram-Story, manche haben es vielleicht mitbekommen. Manche nicht. Ich habe alle Bilder von mir und Giuliano herausgenommen. Spart euch bitte das Nachfragen. Ich will das Ganze erstmal ruhen lassen. Stecken die beiden etwa in einer Beziehungskrise? Giuliano hingegen hat noch einige Bilder mit seiner Freundin online. In seiner Instagram-Story hat er jedoch ein Emoji gepostet, der sich die Hand gegen den Kopf schlägt. Weiter äußerte sich der Are You The One, Kandidat bisher nicht zu den Krisengerüchten rund um seine Beziehung mit der schönen Influencerin. Gut Shocker Befehle Verbrauch